Oh, drin ist scheiße irgendwie. Ja klar ist drin scheiße. Wir machen das jetzt mal so, wie der Karsten das möchte. Danke, das ist ja nett von euch. Meine Hände sind auch dreckig. Was soll ich mit die Waffe putzen, wenn meine Hände dreckig sind? Forelle? Blau oder wie? Grün. Da kommen welche. Schießen, schießen, schießen! Das Bounty kommt hoch, das andere. Zu uns? Ja. Einer nur noch. Der kommt zu dir da, ne? Bist du die zwei? Ja. Was ist da vorn? Ach so, die zwei. Ne, ich hatte gerade geguckt. Oh, hier stoppt. Der Fettsack drin. Der Boss, ja. Ist ja cool. Haben wir den Hinweis? Ach so. Ich hole schnell den Hinweis. Stimmt. Ohne den. Immerhin sichere 50 Dollar, Karsten. Ja. Da hat der Clou. Ach so. Ja, ja. 53. So, ich hole schon mal ein paar Fallen und leg die vor der Eisentür. Mach auch schon mal. Wenn der erledigt ist, dann muss einer von euch mit zur Eisentür und die Fallen ranholen. Ich habe ja auch schon Fallen. Ja, das wäre wirklich und dem am besten drinnen bleiben, wenn welche kommen. Wir haben bessere Chancen. Meinst du? Ja. Okay, wenn du dann sagst, dass ich mit einer Pferdkampfwaffe drinnen mehr Chancen habe. Na, ich habe Fächern bei denen. Das wäre eine Option. Deswegen halt. Boah, seid ihr Muschis, ne? So. Ne, nicht welchen Laut, sondern wenn ich es brauche, ist es nachher... Ne, wir sind Muschis. Und wenn wir es nicht brauchen, dann können wir es nachher immer noch verbauen. Männer tötet man mit Westmesser. Oh je. Ja, genau. Carsten, guck dir an, wie ich die Fallen ordnungsgemäß hingestellt habe. Wo denn? Wo sind sie denn? Hier vorne. Hey, super. Ja. Da kommt Nummer drei. Genau. Man hat hier drei Zugänge zum Dach. Und die sind alle jetzt mit einer... Die Handfalle. Da hinten ist auch, ne? Einen gleiten. Ja, hab ich schon. Ja, ja. Alles schick. Mann, das artet ja in Arbeit aus. Au, scheiße. Die ersten sind schon hier. Ach du meine Güte. Scheiße, jetzt bin ich draußen. Da sind mal Falle in der Hand. Na, komm rin. Ja, ohne Falle. So, warte. Haben wir noch irgendwo Munition gesehen? Ja, hier drin. Lass mich mal rein, ihr Kleinsäcke. Na komm, 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 komm. Was ist denn das? Einen Haufen von Fallen, ey. Ja, ist doch nicht so. Alle in Mühe voller Kleinstarbeit reingeschleppt. Ich will nicht aufnehmen. Dann nehme ich auf. Pascal, kommst du mit drin, bitte? Bin drin. Scheiße. Ja, Mann. Boah, drin ist Scheiße irgendwie. Ja, klar. Ja, klar ist drin Scheiße. Ich gehe raus jetzt. Geht nicht raus, Jungs. Ich will raus. Hier drinnen bist du doch Kanonenfutter. Da bist du draußen. Ich kipp mal auf. Kämpf dich aber wenigstens. Ja, mach. Hast du aufgenommen, Pascal? Genau, bitte. Die sind von da ganz hinten. Lass du da ballern mit ihrem Windfield. Du hast nen Headshot grad gekriegt, ne? Ne. Wie viel Leben hattest du weg? Gar kein. Gar kein. Nur angeschossen worden. Ist ja irgendwo Heilung. Kann ich mal tragen für fast. Eine Ahnung. Hä? Äh, die ganze Blut ist vor der Stacheldraht hier unten. Komm ich jetzt wieder rein? Ach so, gar nicht. Ne. Tut mir leid. Unten kann man ja oft machen, die Tür hinten. Guck mal Nachrichten, ne? Wer? Ich. Wieso? Gätsel? Ja, ja. So, dann legen wir da noch ein paar Fallen hin. Dann sollen sie noch kommen. Was hast du denn für eine Waffe? Warte mal, jetzt machen wir mal. Ach du hast noch Gewehrung. Na, wir machen das jetzt mal so, wie der Cast das möchte. Genau. Danke. Sehr nett von euch. Wir müssen das ja nicht immer so machen, wie wir das machen. Das war ich. Die werden schon noch kommen. Ihr müsst bloß die Köpfe unten, ne? Oh. Die Köpfe unten. Sollen so schießen, ihre Munitionen. Ist doch richtig so. Wir werden auch irgendwann rausgehen. Wir haben einfach eine Dreiviertelstunde Zeit. Oh, ich will den gerne dreifach schon am Spiel sitzen. Da draußen uns geschossen. Ja, der Cast wird irgendwann auch unruhig. Gib ihn noch fünf Minuten. Mhm. Lass ihn seine Fallen machen und dann... Ja. Wo bist du, äh, Matthias? Unten, ja? Mhm. Würdest du da hocken bleiben? Ja, eigentlich schon. Und nicht noch ne Falle. Also... Wenn hier, weil ich hier sind, kann ich nicht raus. Der muss der auch nicht. Na doch. Der muss der auch nicht. Wenn Pyramid rein ist, dann ist der ein Zucker. Der muss schon reinlaufen. 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 Okay. Ja, fünf Minuten, das sitzen die aus. Ja, fünf Minuten, das sitzt ja jeder aus. Ja, aber wo willst du hin? Fünf Minuten können ewig sein. Wenn die da hinten... Das kann ewig sein. Fünf Minuten... Ich hab ja mit dem Nico manchmal eine Stunde gewartet. Ja, ich weiß. Ja, das ist... Ja, aber ich sag mal, fünf Minuten ist doch nichts für die da hinten. Achso. Ja, weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Fünf Minuten... Mal sehen, ob sich was verändert, ey. Na gut. Wenn ich fünf Minuten... Warten müsste ich... Irre werden. Ach... Ja, du! Jetzt spielt mir jetzt Blender. Das ist ein Blender. Blender ist doch ein Render-Programm. Blender, das ist ein Render-Programm. Der macht Grafiken. Ja. Wie ist die Baller-Freundin? Sollen sie auch mal an? Haben sie da noch eine Uhr? Mal gucken. Ne, haben sie nicht. Schön. Das sind deine fünf Minuten gewesen jetzt. Hä, die sind wir schon rum? Ne, ne. Nein. Gerade kurz. Dass wir uns hier erstmal alle treffen. Und dann übernimmt Pascal die Führung. Mhm. Aber die sind schon draußen? Ja, wir warten ja auf dich schon mal. Weil man läuft nie in die Falle des anderen. Siehst du, das sind zwei links und einer rechts. Die fighten nur so. Einer rechts. Einer tot. Okay, nice. Die haben sich nur so aufgeteilt und so getan. Ich muss die Hunde... Hinter uns Hunde. Ja, kill die Hunde. Einer tot. Okay. Sehr schön. Warte, ich guck wo der dritte ist. Ganz links. Zwei tot. Schön. Wir müssen uns um die Hunde kümmern. Ich hab ja gedacht, das sind nur ein Tier, die tun oder so. Wenn ich dann... Ach, was soll ich sagen. Wer bist du hier überhaupt? Die Nummer 1 bin ich. Stehst neben mir, oder? Ja. Und guckst mich schon mal an und schimpfst. Ja. Meine Hände sind auch dreckig. Was soll ich mir die Waffe putzen, wenn meine Hände dreckig sind? Ja, du solltest nicht allgemein mal duschen. Nö. Ja, ihr seht schön gepflegt hier aus, der Karsten. Ja, er hat auch Geld. Ja, sehr schön. Das grüne Hemd geschickt und gebügelt. Kein Fleck an deiner Hose. Fast eine Million auf dem Konto hier. Ja, ich kann ordentlich gewirtschaften. Ja, das sieht man halt. Der hat Kohle, der Junge. Und du hast fettige Haare. Das sieht aus. Nö, na, essen kannst du nebenbei. Nö. Frau hat gekocht. Da kann ich nicht. Was hat's denn gekocht? Forelle. Forelle? Mhm. Blau, oder wie? Grün. Ich weiß es nicht. Ne, keine Ahnung. Ein Backofen rein und fertig. Ach so, na dann ist sie ja gepackt, die Forelle. Und was ist blau? Blau ist ja gekocht. Ah. Du hast kein Recht, ja. Ich hab doch nie recht. War ne Falschdiagnose. Ja. Hm, Herr Doktor. Wegen Ihnen mussten Leute sterben. Tja. Ich muss jetzt einen Dicken töten, das ist einfach so. Blanchett oder Portrika? Scheiße. Blanchett. Blanchett. Na wohin nun? Ja, Fizo ist jetzt am nächsten. Blanchett. Blanchett, würd ich das sagen. Blanchett, Blanchett. Blanchett. Lass uns einen Clou dann nehmen, dann wissen wir ja Bescheid. Es tut mir leid, dass ich die falsche Führung dann leise. Die könnten wir wieder wegnehmen. Vielleicht sollte auch derjenige die Führung übernehmen, der dazu kristiniert ist. Was? Habt ihr geschlagen? Ja, ich. Okay, Karsten, dann mach du jetzt weiter. Nein, das ist okay. Da kommen welche. Da kommen welche. Schießen, schießen, schießen. Gott, ich treffe nicht. Boah, den habe ich zweimal gegessen. Also die Lebell enttäuscht mich immer wieder. Warum habt ihr so früh geschossen? Ja, versteck auch nicht. Die hätten doch noch hier die Insel, die Zombies, alles. Oh, scheiße. Mich hat einer erwischt. Welche Waffe? Die Lebell, ähm, na hier mit, mit, äh, Periskopte. Ja, kannst dich mal aufheben, muss bloß unten bleiben. Siehst du sie? Einer ist schon dran, ohhhh. Einer ist schon ganz nah dran. Hast du sie nicht geworfen? Nee. Nein, die sind Richtung Siegelmühle gekommen, über die Holzstämme da. Ohhhh, nee. Warten hin. Hebe mal auf. Der Dicke, der muss sich schon ordentlich heilen. Schade. Der eine ist weiter weg. Glaube ich noch. Guck nochmal. Oh, einer ist hier. Der kommt hier die Treppe hoch. Lass mal beide auf die Treppe zielen. Ja. Ja, aber so blöd sind die auch nicht. Naja, doch. Siehst du ja. Kannst du Deckung geben? Ja. Kommt die andere Treppe wahrscheinlich hoch. Wo ist denn die andere Seite? Wie wirft das? Arsten! Mhm. Kipp's da wohl gern. Ja, aber ich hab gesagt, der wirft was. Ja, in dem Augenblick hab ich auch was geworfen. Danke. Die ist oben, eine Treppe. Guck nochmal. Einer ist links, da irgendwo in der Richtung. Und der andere? Zwei. Zwei. Einer da und einer hier. Aber der Bank. Matthias ist auf jeden Fall einer. Einer ist tot. Probe mal was zu werfen. Laterne. Wenn ich grad finden würde. Außerdem bin ich tot wenn ich da jetzt so. Ja, du legst mir die hin. Ach so. Ich hab hier schon was. Ich hab schon was. Okay, komm mal. Schön. Hast auch einen getötet. So, ich guck doch einmal. Becky. Der letzte ist auf 540 auf der Insel hier. Okay. Tod. Das war's. Du hast den Proleten getötet, ne? Mhm. Gut, das war's. Schön. Das war's. Das Bounty kommt hoch, das andere? Zu uns? Ja. Warten wir auf das andere Team oder hauen wir ab? Wir warten, ne? Ja. Grematorium. Wenn sie schon kommen. Hat einer Heilung gesehen? Nee. Carsten kommst du bitte? Die kommen jetzt. Ich suche die Waffe nicht. Ja, aber die kommen doch jetzt, Carsten. Ich denke wir wollten die noch machen. Mhm. Ja, und die sind gleich da. Wo sind denn die Waffen von dem abgeblieben? Die ist bestimmt runtergefallen. Carsten, ich erschieße dich gleich selber, wenn du nicht kommst. Ja, komm ja schon. Das schaffe ich ja nicht mehr, wo ihr seid. Ja, deswegen sollst du ja auch kommen. Ja. Na ja, gut. Doch, warte mal. Hier. Alles klar. Komm, ne, ne, ich bin ja schon da. Komm, Matthias, lass uns zurück, weil das wird sonst nichts mit dem Carsten. Sorry. Ja. Ja, ich... Ja, ich komm ja schon. Ja, was bringt ihr die Waffe, wenn wir beide gleich da vorne alle sterben? Das ist doch dumm. So würde ich euch gar nicht einschätzen. Ey, scheiße. Ja, ich komm her. Wir kommen jetzt zu dir. Ne, kommen wir euch entgegen. Rennt wir in die andere Richtung. Glaub ich das kacke jetzt, wo? Ja. Jetzt nehmen wir mal einen Clou auf. Bitte. Einer im Bounty. Carsten. Ja, ich komm mal. Wir sind jetzt da vorne an der Kreuzzone. Die müssten wir jetzt gleich sehen. Ich geh mal rein in die Kirche. Dann umrunde ich's und die sehen mich ja nicht. Drei Leute auf 225 bis 240. Okay. Ja. Die stehen dann fast. Wie oft kannst du noch wiederbelebt werden, Carsten? Drei Mal. Einer ist tot, glaub ich, ne? Ja. Läuft da so schön stehen, Carsten? Ne, weil ich genau weiß, wo die anderen sind. Deswegen. Der wurde wiederbelebter einer. Wo sind die? Im Wald? Da hinten? Ja, ja. Okay. Ich guck noch mal. Ja. Einer nur noch. Da hinten. Der kommt zu dir, der eine. Kannst du mich aufgeben? Ja, krass. Danke. Ganz lieb von dir. Tot? Ja. Dort ist der eine. Ja, ja. Ui, Junge. Ich hatte nur noch 50 HP, aber boah. Carsten, kannst du noch mal gucken? Ja, gerne. Gerne. Und ich hab ja auch zu sein. Alles schick. Mhm. Gut, der eine wurde vom Emulator gekillt. Scheiße, der scheiß Emulator hat mir meinen Kill geklaut. Ja. Und brennt direkt. Hat er da eine Löschbombe da rein, zufälligerweise? Der hat ja mit der Corning ging, ne? Ja, ja. Da hat er vom Emulator dran und wird im Wasser erschossen. Ach ja, stimmt. Der Emulator ist ja. Oder ja nicht. Fünfspieler nur. Na, wenn ich den scheiß Emulator auf den Kill geknallt. Ach ja.